Ja hallo, hier ist der Dan vor den Vorspielern, ungewohnt hier bei Jurassic Park, ein Projekt, was der Jules angefangen hat. Und jetzt beenden wird. Und jetzt beenden wird. Es wird jetzt so sein, erster Part hast du ja komplett durchgespielt. Ja, das ist ja nur ein. Quasi als Let's Show. Und was in den anderen Parts passiert, das guckt ihr euch am besten selbst an. Obwohl ich schon gehört habe in den Kommentaren, der Part hier vor, der muss total geil angekommen sein. Weil wir halt einfach nicht über das Spiel gesprochen haben. Ja, gut, also wir wollten nur sagen, oder Jules wollte euch nur sagen. Ja, ich möchte euch noch kurz was mitteilen. Also, es hat angefangen damals, als ich Walking Dead durchgesuchtet habe, was ja auch von Telltale Games Studio, keine Ahnung wie sie heißen, Telltale Games. Telltale Games. Games Studios. Ja, was ist mit Studios? Jedenfalls, die Entwickler haben wirklich sehr ein Stein in den Brett bei mir wegen Walking Dead. Das war so geil, das Spiel. Aber dann habe ich gedacht... Die Island Tales waren auch super. Habe ich nicht gespielt. Seine Max war auch gut. Die Tales. Und hier, The Wolf Among Us, das habe ich mir jetzt auch mal angeguckt im Let's Play, war auch der Hammer, was ich gesehen habe. Aber da habe ich dann deswegen gedacht, oh, ich spiele mal Jurassic Park, ist ja ein Spiel, was die davor gemacht haben. Es war, wie man gesehen hat, das Spiel ist scheiße. Ich finde es scheiße, ich finde es ohne Scheiße, es ist scheiße. Wie, wat, Müllplanet. Du sollst es nicht bewerten, du hast einfach keine Lust. Was ist denn das jetzt hier? Du hast einfach keine Lust mehr und du hast schon wieder ein Spiel abgebrochen. Schon wieder? Und da habe ich mal ein Spiel abgebrochen. Da werden wir uns dann im Separat drüber unterhalten. Wir haben ein Spiel abgebrochen, das war Devil May Cry. Das ist der einzige, du Arsch. Loch. Soll ich mal... Ja, mach doch. Ihr Unepic? Was ist damit? Kommt auch nichts mehr? Das war von uns beiden. Nein, nein, nein. Haben wir nie gesagt, dass wir fertig sind? Unepic? Ja, das ist ja... Kann man ja noch machen. Das muss man machen. Company of Heroes. Hä, was heißt das? Was? Das habe ich doch gar nicht... Wir haben Company of Heroes. Der Zauberdude und der Schnuckel, hast du auch nicht fertig gemacht? Warte, warte, der Schnuckel war ich und du hast den Zauberdude. Ja, ja, ja. Shit. Hast du auch nicht fertig gemacht? Ja, war aber auch nicht fertig. Warum hast du deine Puppe hängen? Na gut. Und Weihnachtsmann... Na gut. Also, Schulz macht das nicht mehr weiter, hat keine Lust mehr und... Ja, vielleicht wird der Schulz irgendwann mal ein Spiel abschließen, wir werden es erleben. Oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich werde auch irgendwann mal ein Spiel abschließen. Irgendwann mal. Tschüss. Soll ich... Push den Button, ey. Okay.